Kapitel 10 von Brennendes Geheimnis von Stefan Zweig Diese Liebebox-Aufnahme ist in der Public Domain. Spuren im Mondlicht Der Kellner, der Edgar das Essen in seinen Stubenarrest gebracht hatte, schloss die Türe. Hinter ihm knackte das Schloss. Das Kind fuhr wütend auf. Das war offenbar im Auftrag seiner Mutter geschehen. Dass man ihn einsperrte wie ein bösartiges Tier. Finster rang es sich aus ihm. Was geschieht nun da drunten, während ich hier eingeschlossen bin? Was mögen die beiden jetzt bereden? Geschieht am Ende jetzt dort das Geheime und ich muss es versäumen? Oh, dieses Geheimnis, das ich immer und überall spüre, wenn ich unter Erwachsenen bin, vor dem sie die Türe zuschließen in der Nacht, dass sie ein leises Gespräch versenken. Dreh dich unversehens herein, dieses große Geheimnis, das mir jetzt, seit Tagen nahe ist, hart vor den Händen und das ich noch immer nicht greifen kann. Was habe ich nicht schon getan, um es zu fassen? Ich habe Papa damals Bücher aus dem Schreibtisch gestohlen und sie gelesen. Und alle diese merkwürdigen Dinge waren darin, nur dass ich sie nicht verstand. Es muss irgendwie ein Siegel daran sein, das erst abzulösen ist, um es zu finden. Vielleicht in mir, vielleicht in den anderen. Ich habe das Dienstmädchen gefragt, sie gebeten, mir diese Stellen in den Büchern zu erklären, aber sie hat mich ausgelacht. Furchtbar, Kind zu sein, voll von Neugier und doch niemand fragen zu dürfen. Immer lächerlich zu sein vor diesen Großen, als ob man etwas Dummes oder Nutzloses wäre. Aber ich werde es erfahren. Ich fühle, ich werde es jetzt bald wissen. Ein Teil ist schon in meinen Händen und ich will nicht früher ablassen, ehe ich das Ganze besitze. Er horchte, ob niemand käme. Ein leichter Wind flog draußen durch die Bäume und brach den starren Spiegel des Mondlichtes zwischen dem Geäste in hundert Schwanke Splitter. Es kann nichts Gutes sein, was die beiden vorhaben, sonst hätten sie nicht solche erbärmlichen Lügen gesucht, um mich fortzukriegen. Gewiss, sie lachen jetzt über mich, die Verfluchten, dass sie mich endlich los sind, aber ich werde zuletzt lachen. Wie dumm von mir, mich hier einsperren zu lassen, ihnen eine Sekunde Freiheit zu geben, statt an ihnen zu kleben und jede ihrer Bewegungen zu belauschen. Ich weiß, die Großen sind ja immer unvorsichtig und auch sie werden sich verraten. Sie glauben immer von uns, dass wir noch ganz klein sind und abends immer schlafen. Sie vergessen, dass man sich auch schlafend stellen kann und lauschen, dass man sich dumm geben kann und sehr klug sein. Jüngst, wie meine Tante ein Kind bekam, haben sie es lange vorausgewusst und sich nur von mir verwundert gestellt, als seien sie überrascht worden. Aber ich habe es auch gewusst, denn ich habe sie reden gehört, vor Wochen am Abend, als sie glaubten, ich schliefe. Und so werde ich auch diesmal sie überraschen, diese Niederträchtigen. Oh, wenn ich durch die Türe spähen könnte! Sie heimlich jetzt beobachten, während sie sich sicher wehnen. Sollte ich nicht vielleicht läuten jetzt, dann käme das Mädchen, sperrte die Türe auf und fragte, was ich wollte. Oder ich könnte poltern, könnte Geschirr zerschlagen. Dann sperrte man auch auf. Und in dieser Sekunde könnte ich hinausschlüpfen und sie belauschen. Aber nein, das will ich nicht. Niemand soll sehen, wie niederträchtig sie mich behandeln. Ich bin zu stolz dazu. Morgen will ich es Ihnen schon heimzahlen. Unten lachte eine Frauenstimme. Edgar schrag zusammen. Das könnte seine Mutter sein. Die hatte ja Grund zu lachen, ihn zu verhöhnen, den kleinen, hilflosen, hinter dem man den Schlüssel abdrehte, wenn er lästig war, den man in den Winkel warf, wie ein Bündel nasser Kleider. Vorsichtig beugte er sich zum Fenster hinaus. Nein, sie war es nicht, sondern fremde, übermütige Mädchen, die an den Burschen neckten. Da, in dieser Minute bemerkte er, wie wenig hoch sich eigentlich sein Fenster über die Erde erhob. Und schon, kaum dass er es merkte, war der Gedanke da, hinaus zu springen. Jetzt, wo sie sich ganz sicher wehnten, sie belauschen. Er fieberte vor Freude über seinen Entschluss. Ihm war, als hielt er damit das große, das funkelnde Geheimnis der Kindheit in den Händen. Hinaus, hinaus, zitterte es in ihm. Gefahr war keine, Menschen gingen nicht vorüber, und schon sprang er. Es gab ein leises Geräusch von knirschendem Kies, das keiner vernahm. In diesen zwei Tagen war ihm das Beschleichen, das Lauern zur Lust seines Lebens geworden. Und Wollust fühlte er jetzt gemengt, mit einem leisen Schauer von Angst, als er auf ganz leisen Sohlen um das Hotel schlich, sorgsam, den stark ausstrahlenden Widerschein der Lichter vermeidend. Zunächst blickte er, die Wange vorsichtig an die Scheiben pressend, in den Speisesaal. Ihr gewohnter Platz war leer. Er spähte dann weiter, von Fenster zu Fenster. Ins Hotel selbst wagte er sich nicht hinein, aus Furcht, er könnte in den zwischen den Gängen unversehens in den Weg laufen. Nirgends waren sie zu finden. Schon wollte er verzweifeln, da sah er zwei Schatten aus der Türe vorfallen und, er zuckte zurück und duckte sich in das Dunkel, seine Mutter mit ihrem nun unvermeidlichen Begleiter heraustreten. Gerade war er also zurechtgekommen. Was sprachen sie? Er konnte es nicht verstehen. Sie redeten leise, und der Wind rumorte zu unruhig in den Bäumen. Jetzt aber zog deutlich ein Lachen vorüber, die Stimme seiner Mutter. Es war ein Lachen, das er an ihr gar nicht kannte, ein seltsam scharfes, wie gekitzeltes, gereiztes, nervöses Lachen, das ihn fremd anmutete und vor dem er erschrak. Sie lachte, als konnte es nichts Gefährliches sein, nicht etwas ganz Großes und Gewaltiges, das man vor ihm verbarg. Edgar war ein wenig enttäuscht. Aber warum verließen sie das Hotel? Wohin gingen sie jetzt allein in der Nacht? Hoch oben mussten mit riesigen Flügeln Winde dahin streiten, denn der Himmel, eben noch rein und mondklar, wurde jetzt dunkel. Schwarze Tücher, von unsichtbaren Händen geworfen, wickelten manchmal den Mond ein und die Nacht wurde dann so undurchdringlich, dass man kaum den Weg sehen konnte, um bald wieder hell zu glänzen, wenn sich der Mond befreite. Silber floss kühl über die Landschaft. Geheimnisvoll war dieses Spiel zwischen Licht und Schatten und aufreizend wie das Spiel einer Frau mit Blöße und Verhüllungen. Gerade jetzt entkleidete die Landschaft wieder ihren blanken Leib. Edgar sah schräg über dem Weg, die wandelnden Silhouetten oder vielmehr die eine, denn so aneinandergepresst gingen sie, als drängte sie eine innere Furcht zusammen. Aber wohin gingen sie jetzt, die beiden? Die Föhren ächzten. Es war eine unheimliche Geschäftigkeit im Wald, als wühlte die wilde Jagd darin. Ich folge ihnen, dachte Edgar. Sie können meinen Schritt nicht hören in diesem Aufruhr von Wind und Wald. Und er sprang, indes die unten auf der breiten, hellen Straße gingen, oben im Gehölz von einem Baum zum anderen, leise weiter, von Schatten zu Schatten. Er folgte ihnen zäh und unerbittlich, segnete den Wind, der seine Schritte unhörbar machte, und verfluchte ihn, weil er ihm immer die Worte von drüben wegtrug. Nur einmal, wenn er hätte ihr Gespräch hören können, war er sicher, das Geheimnis zu halten. Die beiden unten gingen ahnungslos. Sie fühlten sich selig allein in dieser weiten, verwirrten Nacht und verloren sich in ihrer wachsenden Erregung. Keine Ahnung, warnt sie, dass oben, im vielverzweigten Dunkel, jedem ihrer Schritte gefolgt wurde und zwei Augen sie mit der ganzen Kraft von Hass und Neugier umkrallt hielten. Plötzlich blieben sie stehen. Auch Edgar hielt sofort inne und presste sich enge an einen Baum. Inwiefiel eine stürmische Angst. Wie, wenn sie jetzt umkehrten und vor ihm das Hotel erreichten, wenn er sich nicht retten konnte in sein Zimmer und die Mutter es leer fand? Dann war alles verloren. Dann wussten sie, dass er sie heimlich belauerte und er durfte nie mehr hoffen, ihnen das Geheimnis zu entreißen. Aber die beiden zögerten, offenbar in einer Meinungsverschiedenheit. Glücklicherweise war Mondlicht und er konnte alles deutlich sehen. Der Baron dortete auf einen dunklen, schmalen Seitenweg, den das Tal hinabführte, wo das Mondlicht nicht wie hier auf der Straße einen weiten, vollen Strom rauschte, sondern nur in Tropfen und seltsamen Strahlen durchs Dickicht sickerte. Warum will er dort hinab? zuckte es in Edgar. Seine Mutter schien, nein, zu sagen. Er aber, der andere, sprach ihr zu. Edgar konnte an der Art seiner Gestikulation merken, wie eindringlich er sprach. Angst befiel das Kind. Was wollte dieser Mensch von seiner Mutter? Warum versuchte er, dieser Schurke, sie ins Dunkel zu schleppen? Aus seinen Büchern, die für ihn die Welt waren, kamen plötzlich lebendige Erinnerungen von Mord und Entführung, von finsteren Verbrechen. Sicherlich, er wollte sie ermorden und dazu hatte er ihn weggehalten, sie einsam hergelockt. Sollte er Hilfe schreien? Mörder! Der Ruf saß ihm schon ganz oben in der Kehle, aber die Lippen waren vertrocknet und brachten keinen Laut heraus. Seine Nerven spannten sich vor Aufregung. Kaum konnte er sich gerade halten, erschreckt vor Angst griff er nach einem Halt. Da knackte ihm ein Zweig unter den Händen. Die beiden wandten sich erschreckt um und starrten ins Dunkel. Edgar blieb stumm an den Baum gelehnt, mit angepressten Armen, den kleinen Körper tief in den Schatten geduckt. Es blieb totenstille. Aber doch, sie schienen erschreckt. Kehren wir um, hörte er seine Mutter. Es klang geängstigt von ihren Lippen. Der Baron, offenbar selbst beunruhigt, willigte ein. Die beiden gingen langsam und eng aneinander geschmickt zurück. Ihre innere Befangenheit war Edgars Glück. Auf allen Vieren, ganz unten im Holz, groche, die Hände sich blutig reißend, bis zur Wendung des Waldes. Von dort lief er mit aller Geschwindigkeit, das ihm der Atem stockte, bis zum Hotel und da mit ein paar Sprüngen hinauf. Der Schlüssel, der ihn eingesperrt hatte, steckte glücklicherweise von außen. Er drehte ihn um, stürzte ins Zimmer und schon hin aufs Bett. Ein paar Minuten musste er rasten, denn das Herz schlug ungestüm an seine Brust, wie ein Klöppel an die klingende Glockenwand. Dann wagte er sich auf, lehnte am Fenster und wartete, bis sie kamen. Es dauerte lange. Sie mussten sehr, sehr langsam gegangen sein. Vorsichtig spähte er aus dem umschatteten Rahmen. Jetzt kamen sie langsam daher, Mondlicht auf den Kleidern. Gespensterhaft sahen sie aus in diesem grünen Licht und wieder überfiel ihn das süße Grauen, ob das wirklich ein Mörder sei und welch furchtbares Geschehen er durch seine Gegenwart verhindert hatte. Deutlich sah ihn die kreidehellen Gesichter, in dem seiner Mutter war ein Ausdruck von Verzücktheit, den er an ihr nicht kannte. Er hingegen schien hart und verdrossen. Offenbar, weil ihm seine Absicht misslungen war. Ganz nahe waren sie schon. Erst knapp vor dem Hotel lösten sich ihre Gestalten voneinander. Ob sie heraufsehen würden? Nein, keiner blickte herauf. Sie haben mich vergessen, dachte der Knabe, mit einem wilden Ingrimm, mit einem heimlichen Triumph. Aber ich, nicht euch. Ihr denkt wohl, dass ich schlafe oder nicht auf der Welt bin, aber ihr sollt euren Irrtum sehen. Jeden Schritt will ich euch überwachen, dass ich ihm, dem Schurken, das Geheimnis entrissen habe, das Furchtbare, das mich nicht schlafen lässt. Ich werde euer Bündnis schon zerreißen. Ich schlafe nicht. Langsam traten die beiden in die Türe und als sie jetzt, einer hinter dem anderen, hineingingen, umschlangen sich wieder für eine Sekunde die fallenden Silhouetten. Als einziger schwarzer Streif schwand ihr Schatten in die erhellte Tür. Dann lag der Platz im Mondlicht wieder blank vor dem Hause, wie eine weite Wiese von Schnee. Ende von Kapitel 10 Aufgenommen von Jule Niedermeyer Berlin Die Sprecher und der L굿 der den quasi und der di die le l die 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 Vielen Dank.